Wir machen jetzt ein bisschen Freestyle, wenn du Lust hast. Let's go, let's go. Martin, du musst arbeiten. Darf ich dich an der Gitarre begleiten, ist das okay? Ja. Das haben die gefragt. Ja, ich bin höflich. Ich bin höflich. So. Okay. Wie funktioniert das jetzt? Also ich kriege jetzt ein paar Wörter. Genau, wir müssen jetzt den Zuschauern zu Hause sagen, ihr dürft jetzt die Zettel hochhalten. Hier. Damit wir sehen, welche Begriffe wir sozusagen einbauen sollen. Die Zettel müsstest du auf deinem Monitor hier sehen. Hier vorne? Genau, da siehst du jetzt die Zettel. Die sind nicht sehr dick geschrieben. Da kann ich das lesen. Was steht da? Könnt ihr da ein bisschen näher ranhalten mit der Lampe? Was ist das? Ja. Was heißt das? Was heißt das? Katastrophenschutzplan. Achso. Ihr müsst entweder weiter weghalten oder dicker schreiben. Alles klar. Okay, pass auf. Pass auf. Du machst den Chorus, ja? Warte, 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 warte. Stop, stop, stop. Noch sind wir nicht so weit. Okay, das Wort habe ich. Katastrophenschutzplan. Nur damit alle wissen, welches Wort es ist. Und dann würde ich sagen, ich sing die Hook so in Bootsie Collins. Ja, mach. Wir machen Bootsie Collins. Ich bin Bootsie Collins und ich sing die Hook in Bootsie Collins. Kick it. Okay. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Okay, okay. Get down, yo. Get down. Get on. Get on up. M.C. Ich rappen nicht verliere. Ich kriege ihre Wörter und ich komme mit Alain Lalong. Da oben auf dem Balkon, da sind sie jetzt angekommen. M.C. Serena Mikrofon, du weißt, er hat das richtig Druck. Es ist Sex, Sex, Sex. Es ist Hook, Holland, Hook, Holland, Hook. Holland hat Druck. Doch wenn Deutschland in das Tor trifft, wird Holland auch bespuckt. Aber das sind diese Feinde zwischen diesen Grenzen. Ich rappe nicht für irgendwelche Menschen, sondern für Attention. M.C. Serena Mike, yo, ich habe das Gespür. Zähle von 1, 2, 3, 4. Ich kicke in die Tür. Tür, T-Ü-R, yeah, yeah. M.C. Serens Raps sind gar nicht schwer. Mein Kopf ist gar nicht leer. Was ist los, Baby? Du weißt, wir gar nicht entschweren. Ich muss heute, ich kann das Wort nicht lesen. Mach mal ein bisschen ran, ich komme durch den Filter. Freestyle am Mikrofon, der Rhyme, der Kilda. Konnotieren, konnotieren. Hör mal auf zu sprechen, bevor sonst werde ich dir deine Glatze nochmal rasieren. M.C. Serena Mikrofon, yo, steht jetzt in den Duden. M.C. Serena hat Freunde, Moslems oder Juden. Es spielt keine Rolle, ich übernehme jetzt die Show, die Kontrolle. Viele deutsche Rapper warten auf den Schnee von Frau Holle. Leckt mich am Wimpel. M.C. Serena in Köln, aber ich halte für einen Sprach, Frau schmeigt den Wimpel. Yo, du weißt ganz genau, ich rappe jetzt für die Chica. Yo, ich pumpe Casey Rebel in der Shisha. Bar, komm auf mein Leben, klar, bin der ein Rempler. Und bald bin ich ein Influencer wie Michael Wendler. Leckt mich am Gampel, ich bin kein Spast. Und zerr das zum Mundschüssen abgefuckter Peter Rast. Yo, du weißt, es sind die Wörter, so ist es drauf. M.C. Serena Mikrofon, der schreibt, ist alles drauf. Yo, ich freestyle mit Pocher, weil basta, da war ein Wort. Ich schreibe ein Cluster, ich hör einfach nicht auf. Ich hör einfach nicht auf. Ich bring die ganzen Leute heute Livestream drauf. Pack die Koden drauf, pack die Screams drauf. Und keine Wörter. Serena's zum Mundschuh verkauft im Anschluss seiner Show seinen kleinen türkischen Körper. Und ich rappe immer noch weiter wie ein Gestörter. Hört her. Yeah. Weiß Bescheid, yo. Ich komm tight, yo. Weiß Bescheid, yo. Halt das Mic, yo. Bin bereit, yo. Kauf mein Album. Ist kein Halbo. Yeah. Ich könnte noch mehr machen, aber ich werde schon unter Druck gesetzt vom Host. A two, a, two, three, four. Bro. M.C. Rene, Applaus, meine Damen und Herren. Zu Hause und oben und hier. M.C. Rene, in der Haus. Booy. Und kann man machen, ne? Kann man. Geht klar. Und kann man machen, kann man machen, kann man machen.